Das House of One steht für gute Nachbarschaft und für Freundschaft zwischen den Religionsgemeinschaften. Für diese Arbeit und die kommende Zeit wünschen wir dem House of One viel Glück und Segen. Ihr Engagement ist wichtig, gerade in diesen Tagen. Das wünschen wir ganz besonders auch von der Drei-Religionen-Kita. Vielen Dank für's Zuschauen.